Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zurück zu Shadow Tactics Blades of the Shogun mit der Charaktervorstellung und heute mit dem bärenstarken Mugen, den wir ja auch schon aus der Demo kennen. Mugen dient als erfahrener Samurai seinem Shogun und bereichert sein Team als wichtiger Ziel- und Sinngeber auf Mission. Er ist mit dem mächtigen Daishu-Schwertpaar ausgerüstet, dadurch verfügt er über mehr Durchschlagskraft als jede andere Gefährte. Er kann außerdem mit dem gezielten Wurf einer Sake-Flasche mitten in den Sichtkegel einer Wache befördern und den Gegner so von seinem Posten weglocken. Der behäbige Mugen ist ein Mann fürs Grobe und kann als einziger Held einen Samurai, den stärksten Gegnertyp des Spiels, alleine im Nahkampf überwältigen. Mit dem Schwertwind schaltet Mugen zudem beliebig viele Gegner mit seinem Schwertpaar aus, sofern sie in einem bestimmten Aktionsradius stehen. Obendrein kann Mugen als einziger Gefährte zwei besiegte Gegner auf einmal tragen.